Hallo Jungfrau, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena, Jungfrau. Heute möchte ich gerne mit dir deine Wochenbotschaft, Wochenhoroskop, wie einige es nennen mögen, mit euch teilen, um mal zu schauen, was erwartet allgemein die Jungfrauenergien in der kommenden Woche vom 13. bis 19. Februar. Wow, Jungfrau, kommende Woche geht es darum, bloß nicht aufzugeben. Verhärtungen, Streitereien, Trennungen, schwierige Situationen, Schmerzen, alles was dazugehört. Eine schwierige Phase kann auf dich zukommen. Was erwartet man von dir? Befreiung. Du kannst dich befreien von Druck, von Menschen, von Situationen, von Verhaltensmuster, was auch immer. Wenn du kommende Woche merkst, okay, es geht nicht mehr, es geht immer wieder aufwärts. Wenn du merkst, jemand nervt dich, zieh dich zurück oder spreche mit diesen Menschen. Kommende Woche hast du die Möglichkeit, viele Sachen zu analysieren, aber immer im Vertrauen zu bleiben mit dir selber. Widder und Fische können für Jungfrauen eventuell ein bisschen mehr von Bedeutung sein kommende Woche. Das heißt, sowohl in der Liebe, auch in den Finanzen, in der Gesundheit, in allen Bereichen, kann es sein, dass du eine gewisse Hürde aufnehmen darfst, wo du vielleicht deinen Partner verteidigen darfst, wo es vielleicht darum geht, auch einen neuen Nährboden zu setzen, wo es vielleicht auch darum geht, für einige Jungfrauen unter euch, ja, mutig zu sein. Eine neue Strategie könnte vielleicht vonnöten sein für unsere Jungfrau Geborene, weil der göttliche Plan heißt, das, was du nächste Woche als schwerfällig empfindest, okay, oder als Nichterfüllung, ist wichtig, um dir aufzuzeigen, es gibt etwas, was ein bisschen daran noch zu feilen ist oder was verhindert, dass du ankommst. Kann auch ein Mensch sein. Das heißt, der göttliche Plan für Jungfrau heißt, kommende Woche, entwickle eine Strategie, bleib nicht in festgefahrenen Situationen, verteidige dich und das, was du liebst, okay, lasse zurück, was wichtig ist, aber geben statt nehmen ist angesagt, deine eigene Jungfrauenergie heißt und sag dir, gebe dir selber das, was du normalerweise anderen Menschen gibst. Das heißt, erster Linie wird kommende Woche so sein, für Jungfraugeborenen, selber aus dem Herzen heraus, das Licht für dich selber zu sehen, zu erkennen, okay, und sich dem göttlichen Plan hinzugeben, eine neue Strategie, ein neuer Weg, eine neue Herausforderung kommt auf Jungfrau zu. Viele Buchstaben wieder. I, K, E, H, W, M, D, P, W, X, L, O, C, G, S, V und Q, okay? Okay, Jungfrau, pass diese Buchstaben an, wenn nicht, lass sie ziehen. Schreib mich an für eine private Legung, zwei Termine habe ich noch frei. Die Zahl 1, die 2, die 3, die 13, die 23, die 23, die 5 und die 11 könnten vielleicht von Bedeutung sein. Und die 12, ja? Jungfrau, alles Liebe dir, eine wunderschöne Woche. Denk dran, in deinen Kommentaren kannst du mich gerne immer anschreiben und ich werde dir zeitnah auch antworten, um dir diese Hilfestellung zu geben, die für dich wichtig ist. Bis dahin, Jungfrau, alles Liebe, bye.